Geiselnahme bei Rote Rosen, geht Malte wirklich bis zum Äußerstehen. Lüneburg, wird er sich wieder aus der Situation befreien können? In der ARD-Telenovela Rote Rosen wird Matis, Markus Blum. Wie Sie in der Vorschau sehen können, kam der Fluchtwagen nie zum versprochenen Zeitpunkt an. 57, geplante Flucht abgebrochen. Da er nicht wusste, dass er von Marvin, Maurice Pawliewski, 25, verfolgt wurde, konnte er ihn überlisten. Marte ist dazu verdammt zu warten. Marten nimmt Marvin und Annette, Sarah Masuki, 45, als Geiseln. Die angespannte Lage droht noch weiter zu eskalieren, als plötzlich Ralf, Hardy Krüger Jr., 55, auftaucht. Zumindest hat Marte eine Waffe. Dele, ideal knell, 32, würde gerne eine Familie gründen, doch das scheint vorerst noch in weiter Ferne zu liegen. Denn Simon, Tore Lüttier, 30, hat ehrgeizige Ziele für sein Start-up. Zu ihrer Überraschung gab er nach. Die beiden sind sich einig, dass Simon einen Vertrag mit einem großen Sportartikelhersteller ausschlägt, damit er sich mehr auf seine Karriere und seine Familie konzentrieren kann. Doch dann will Simon, ein Hersteller, plötzlich ihr Unternehmen kaufen. Wird er das hohe Angebot annehmen? Rote Rosen, für Zilke sieht es gut aus, doch plötzlich steht Gabi vor ihrer Tür. Nach dem Weggang von Jorik, Remo Schulze, 35 Jahre, Amelie, Lara Isabel Lentnik, 35 Jahre, und Henriette, Giona Wiedner, 6 Jahre, fühlt sich Zilke, Anna Baddorf, 57 Jahre, einsam. Doch Tina, Katja Frenzel, 49, kann sie ermutigen, ein neues Pflegeprogramm für die Kinderstation zu entwickeln. Silke Britta, Elena Mischke, 45, und Hendrik, Jerry Quarton, 47, können eine Sache elegant für sich entscheiden. Für sie scheint es wie der Berg aufzugehen, doch dann steht plötzlich Gabi, Naomi Kraus, 56, vor ihrer Tür. Herr Günther, Hermann Torke, 70, steht unter Dauerstress. Er muss den Platz von Amelie und Jorik im Hotel einnehmen und mehr als erwartet in den Neustart von Carlas investieren. Schließlich ändert er freiwillig die Speisekarte. Carla, Maria Fox, 48, reagiert empört. Die Rote Rosenfolge Geiselnahme, 3875, wird am Mittwoch, 22, November 2023, um 14.10 Uhr erstmals ausgestrahlt. Sie können es vorab in der ARD Mediathek ansehen.